So hallo und herzlich willkommen zurück zu einer runde Battle Royale und wir spielen Ghost Hotel auf geht's aber von der Dunkelheit oder Helligkeit her ist es noch in Ordnung hundertprozentig Was haben wir denn hier schönes Rucksack auf geht's nach oben ganz schnell Waffe suchen So haben wir den Nightwishen Rucksackladung was ist das denn so 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 auf geht's so 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 das könnte haarig werden von da oben von da oben ich müsste so 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 Von da oben kommt wohl keiner mehr, oder? Try to go Es gibt natürlich auch noch einen kleinen Vorteil, weil ich das Night Vision habe Das ist ja Vielen Dank. Ich bin sehr aufgeregt. Vielen Dank. Ich bin im Endspiel. Das ist doch mal geil. Und ich habe kaum einen gesehen. Und das bei Ghost Hotel. Das heißt schon was. Da oben kann er nicht sein. Das ist doch mal geil. Das ist doch mal geil. Der hat gewonnen. Schön. So. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer Runde Battle Royale. Und wir spielen Ghost Hotel. Und zwar jetzt mal in Dämon. Und bei mir ist der Erik. Hallo Erik. Hallo. Ghost Hotel ist ja inzwischen bei uns schon fast ein Standard. Alf. Wie immer noch am Sportplatz. Tja, das ist manchmal ist das scheiße. Manchmal ist es gut, wenn man, sag mal, wenn man Angst hat und so vor anderen. Oder das ist auch so, wenn man nicht in Krieg ziehen will, weißt du, dann geht man... Du meinst, der Server hat mir die Entscheidung abgenommen. Ja. Ich meine, ich kann dich ja verstehen irgendwo, ne? Ja, sehe ich genauso. Ich habe bloß ein anderes Problem. Du sagst, du hättest ein Problem, dich auf den Server zu kommen. Ich habe ein Problem, ich habe... Ich finde nichts. Ja, ich bin ja genau in dem Moment, die Leiter hochgeklettert, dann hing ich da halt und alle waren weg. Und mich hat der Server vergessen. Aber macht dir nichts draus, das ist mir auch schon mal passiert. Allerdings noch nicht auf Ghost Hotel. Auf Ghost Hotel ist mir das noch nicht passiert. Bin ich ganz ehrlich. Ich habe ein anderes Problem, ich habe noch keine Waffe gefunden. Das ist doofer. Das ist doofer. Schlimmer. Das ist schlimmer. Sehe ich auch so. Aber gut. Ich muss das Beste raus machen. Und noch bin ich am Leben. Ich sollte vielleicht auch mal GPS am machen. Da liegt einer vor mir. Der zuckt noch. Alf, du wirst es schaffen. Ich weiß, dass du es schaffst. Ich kann nicht richtig auf den Zug greifen. Ich kann nicht richtig auf den Zug greifen. Ich habe immer noch keine... Ich weiß, dass du es schaffst. Ich würde gerne... Ich würde gerne... Ich würde gerne... meine Schaffen. Da ist noch einer, der noch keine Waffe hat. Da siehst du, da bist du nicht mal der einzigste, Alf. Ich habe die Faxen dicke hier, weißt du das? Alf, wenn du nicht der einzigste bist, dann ist es nicht schlimm. Ja toll, stehe ich genau vor... Mache die Tür auf und da steht einer mit einer MP. So kann es auch gehen, dass man überhaupt keine Waffe kriegt. Okay, bis denn. Musik. 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018